Oh fuck, ich hoffe, dass mich erschrauben hat. Soll ich da vorne austanken oder eher nicht? War wohl nix. War wohl nix. Mit X. Mit X war wohl nix. War wohl nix. Mit X? Ja. Wohin fahren wir jetzt? Auf. Hm? Keine Ahnung. Also früher oder später kriegen sie uns eh. Aber ich will die besser so reizen. Also ein bisschen so einmal rangehen und dann ab. Oder nochmal da durch. Und wir wollen doch geradeaus fahren. Ja, ich glaube wir fahren eine Straße neben von der Hauptstraße. Die sicher. Weil die können dann sofort los schießen, ne? Ja, stimmt. Nicht, dass ich dann getasert werde und dann irgendwo gegenfahre und dann wir explodieren. Schreib mal, Chester. Aber keine Sorge, wir geben euch noch eine Chance. Okay, schreib. Oder ein Versuch, wenn du Chancen nicht streben kannst. Ja, hab ich. Ich will kümmern. Hast du abgeschickt? Gut. Ähm, achtet mal auf die Straße, aber dass da keine Narbebänder sind. Hm? Weil die sind so voll hinterhältig, dass die Narbebänder da rauf sind. Hm. Ich will nicht geblitzt werden, oder? Oh, hast du gehört? Ja. Was denn? Oh, das ist aufgegangen. Oh, das ist aufgegangen. Oh, haben die uns? Ah, scheiße. Hey, die sind hinter uns. Oh, ich wollte kein Zeichen. Das habe ich gesehen, aber am Baum. Ja, doch, die haben uns gesehen. Ja, erst jetzt. Ja. Ich kann ja eh nicht schnell drüber fahren. Die Stimme klingt, oder? Ja, jetzt kann man raus, damit man sie wieder umbringen kann. Du fährst ja hier mal kurz quer. Wohin tue ich denn fahren? Ja, ey, wo da raus... Ja, also hier. Keine Ahnung. Jetzt ficken wir die wieder. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wohin. Schlag auf den Boden. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand ist zwecklos. Wer hat ihn? Ich. Oder? Da ist noch jemand. Wo? Da war doch noch jemand. Nee, schnell reparieren. Doch. Da ist da noch jemand. Wo denn? Wo ist er noch? Ja, ich bin tot, Mann. Wo denn? Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Der ist da rechts. Ach, du hast... Ich habe ihn. Ich habe ihn. Yes! Uh! Ja. Ha, ha, ha. Ich bin da noch kein... Ich bin da noch kein... Ah, ich. Babel, du bist... Also, Babel, du bist auch tot? Nein, nein, nein. Babel, nimm den Bullwagen. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin tot. Ich bin die Strafe los. Ja. Geh du... Geh du zum Marktplatz, okay? Und lach dir ein bisschen aus. Ja, mach ich jetzt auch. Wollen Pistole gegen Stromgedeilt? Das ist nicht den ihr Ernst. Ich mache mal das Frühschot, dass ich tot gewesen bin. Steht ja auch Datum immer dabei. Ey, ich kann nicht fahren. Soll ich dich kurz anschlippen, oder was? Ja, wer denn nicht? Guck mal, der gibt gar nicht Gas. Oh, ach so, guck mal. Wegen den Dinger. Pass auf, es kann sein. Nochmal. Nochmal? Ja, ja, zweimal noch. Ich stehe auf den Chester, seinen Ding. Butterdinger. Okay, jetzt spürt's. Haben wir überhaupt nicht nachher irgendwie? Keine Ahnung, ich schau mal bei dem anderen. Guck mal, wie der da hier liegt, dieser Zigeuner. Wollen wir Kupfermine fahren? Braucht jemand Hilfe? Ja, guck mal, der steigt da auch auf. Ja, komm, lass mal hinfahren. Ich bin tot. Komm, Luki Plus. Nee, ich weiß, wo ich jetzt baue. Rebellen Haku. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hier ist auch noch ein Auto. Wo? Lol, den habe ich gar nicht gesehen. Der ist aber nicht offen, ne? Ich spaw bei Rebellen Haku, ich kaufe mir ne Waffe. Doch, der ist auch offen. Dann nehm ich mir den, okay? Okay. Obwohl, nein. Hat jeder das einen Bullen Auto, oder was? Ich glaube, wir haben zwei Kops Auto. Nee, nee, den nehm ich aber nicht. Weißt du, guck mal wieder mal. Den nehm ich nicht. Wir haben Pile-Zent und so, die wüssten dann, wo wir sind. Ist das euer Ernst? Was denn? Ist dein Auto kaputt? Ich bin außenrum zurückgefahren und dann ist das scheiß. Hast du noch ein Repair-Kit? Nee, habe ich nicht mehr. Hä? Nee, habe ich nicht. Im Auto sind noch welche. Okay. Guck mal. Wie hält ich am besten? Wollen wir auf? Achso, Schlüssel, oder nicht? Na doch jetzt. Schnell zu gucken, Familie. Da sind welche. Wollen wir den Polizei-Rotow wegschmeißen? Oder jemanden geben? Nee, mir ist das egal. Jedenfalls haben wir jetzt die Sportlimousine. Von dem Kopf halt, ne? Okay, kann losgehen. Oh nee, ich schaff mal. Ja, und ja. Ja, ja. Ich, ich. Hahaha. Ja, ich, ich, ich. Ja, ja, ja. Ich, ich. Goi. Das fand ich gut. Oh mein Gott. Was? 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 Mach mal dein Auto kurz zu, bitte. Motor. Damit ich hören kann, ob da jemand vorbeig kommt. Mann, der Kopfbühne ist sein Kopf, ne? Den bringen wir in Hauchung. Ja. Ja, wieso denn nicht? Okay. Soll ich als Ablenkung da einfach die Hauptstraße reinfahren? Ja, mach das. Ja, ne? Oh mein Antivirus, dieser Kackhaufen, Alter. Ich hab geschrieben, Ablenkung kommt. Faut einfach die Ding entlang. Warte aber. Äh, warte. Nicht so schnell fahren, ne? Ablenkung kommt. Ja. Normal fahren wir raus. Ne, voll geil. Ja, der geht voll geil. Da ist ein Polizeiauto. Okay, da sind zwei Bullen. Fahr, fahr los. Warte. Ja, meine Freunde, jetzt kommen wir aber wieder zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren. Nicht vergessen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein.